Steiermark und Kundenorientierung auf dem steirischen Bildungsmarkt. Seit 1960 ist es als selbständiger und brennütziger Verein im Vereinsregister eingetragen. Das Ausbildungsangebot orientiert sich an den Erwartungen unserer Kunden und Kundinnen und ist optimal auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes und der Wirtschaft abgestimmt. In Fachkreisen gilt das BFI als zuverlässiger und innovativer Partner. Viele Angebote aus dem Seminarprogramm des BFI Steiermark sind zudem einzigartig auf dem Bildungsmarkt. Eine weitere Stärke des BFI Steiermark sind Seminare und Lehrgänge, bei denen sowohl Inhalt wie auch Zeit und Ort der Durchführung in Abstimmung mit dem, der Auftraggeber in individuell konzipiert und geplant werden. So sparen vor allem Unternehmen Zeit und Geld. Selbstverständlich, dass wir eine WLAN vor den Bildungsmarkt nicht immer noch, dass wir die WLAN nichten, sondern das Grunde machen. también auzütteln, unter dem Bildungsmarkt werden. So sparen vor allem Unternehmen Zeit und Scrollen, wir meistens, die Nähne, die Nähne, die Nähne und die Nähne, die Nähne.